Und damit, moin moin, zurück zu 7 Days to Die. Ja, wieder mal dabei, und wie immer dabei, die Sarina. Der Abrox. Servus. Und der Davos. Abend. Ja, Verlust der Muttersprache, bereit? So ungefähr. Wir sind, ja, kurz vor, dass ich, wir sind Tag 7, wie ihr seht. Es ist 10 Uhr. Und wir versuchen momentan alles, um zu überlegen. Irgendwie, die Nacht. Das Sarina kommt, wird voll. Oh, Mann. Jetzt nur irgendwie diesen Safe knacken hier mal eben. Und wieder ein Safe gefunden. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübel. Aber diesmal ist es ein großer. Ja. Nee. Nee. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Ja, ich hab auch gerade einen, auf den ich drauf rumkübelte. Es ist schade, dass man durch das Craften von den Dingern nicht mehr im höheren Level steigen kann. Na, nun komm, du blöder Safe. Gib dir einen Inhaltpreis. Was schafft der noch? Oh, hier sind schon wieder so Schleske. Abrox, wie dringend brauchen wir denn die Workbench? Geht. Nicht so dringend. Also noch geht's. Weil wenn ich meine Skillpunkte jetzt aufteile, die ich jetzt habe, könnte ich sie lernen? Ja, die Frage ist, ob wir jetzt halt so die Schnelle brauchen oder nicht, ne? Weil wir könnten dann schon anfangen theoretisch in der Nacht zu sagen, gut, am Tag so ein bisschen Sand und so weiter. Wenn du das aus dem Bunker da unten rausholst, erinnert aus deinem Loch. Und daraus könnten wir dann halt schon direkt Zement machen für halt, ne? Base und so weiter später. Gleich dieser hin. Dieser scheiß Tresor. Das kaputt machen. Ähm, das, das, ähm, das, 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 ich brauche kein Schwein, ähm, die sind auch weg. So, ich hab Waffen-Teile gefunden. So, jetzt wollen wir mal schnell zurück und zusehen, ob wir vielleicht noch was hinbekommen. Was ich gebastelt kriegen. Irgendwann vorhin habe ich hier auch noch was gesehen, was ich ausprobieren wollte. Wo ich hier geflüchtet bin. Wo ist denn das? Da. Was ist das? Das ist das Kode? Ne. Da ist sie. An der Oberfläche. Oh, die ist verkehrt. Kann man auch machen. Schade. Flugzeug. Der ist bei Sarina, den kann ich dir abholen. Okay. Bei dir ist ein Drop. Äh. Okay. Das ist das Orangene, was runterkommt. Ah, okay. Scheiße. Ich war gestunnt. Kacke. Jetzt muss ich mal zusehen. Komm, komm, komm. Mach, 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 mach. Jetzt muss ich zusehen, dass ich mein Kram wiederhole. Was denn? Oh, Anubis hat hier nur so ein bisschen durch die Gegend gebackt. Oh so. Ja, Anubis, es passiert aber zu mal. Wer kümmert sich eigentlich darum, dass, äh, die Spikes um das Haus verteilt werden? Nicht durchmachen. Ja. Aber alle sammeln. Treffen wir uns um 18 Uhr am besten an der Base. Die Lootkiste hab ich jetzt leer gemacht, aber ich muss jetzt noch gerade noch ein bisschen los holen und dann, ähm, komm ich hier jetzt zurück. Das baut also jetzt nicht weg. Die Mushroom Seeds noch nicht weg. Was war drin? Ich bin auf dem Weg, mein Loot zu holen. Es waren drin dreimal Taschenlacko, einmal 83, einmal 26, einmal 82. Es war drin Verbandkasten und es waren drin Antibiotenkasten, zweimal. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Was ist denn der Mushroom? Äh, habe ich in eine Kiste gelegt, wo die anderen Seeds auch drin waren. Das brauche ich jetzt gerade mal nicht. Erde. So, zack. Und zurück. Oh, okay. Das ist gut. Ich bin über den Eifelchen. Ach, ich bin über den Eifelchen. Ich bin über den Eifelchen. So. Ja, ich war zufrieden, dass ich noch mein Inventar wieder gekriegt habe. Jetzt muss ich schnell zurück und gucken, ob ich noch ein bisschen Munition herstellen kann für die 9mm. Weil wir haben zwei 9mm Pistolen. Das würde ich nicht machen. Ich würde nur mit Bogen schießen, also so heftig ist die Wave dann doch nicht. Boah, du wirst zum Ende hin später merken, du brauchst eine Menge, Menge, Menge Munition. Ja, das ist mir bewusst. Vor allem, wenn die federal kommt. Ja, die Feuerwehrs, die sind böse. Ich glaube, war das so Munition. Oh je. Die Feuerwehrs sind richtig böse, das stimmt wohl. Vor allem, wenn da noch die Polizisten kommen. Ja, super. Die spuckenden Polizisten, toll, danke. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Polizisten? Ja. Mutierte Polizisten. Genau, Polizisten, die spucken dann schön mit Säure. Wird sehr lecker. Ja, wundervoll. Warum spielen wir dieses Spiel nochmal? Naja. Achso, einfach so. Ich konnte mal... Oder man konnte mal... Ich hab noch drei Echse jetzt insgesamt und dann sind meine Echse alle aufgebraucht. Ich hab aber auch 1000 Holz im Inventar, was ich gleich mitbringen kann. So, und ich... Ich bin gerade am Asch, der hält mich sie. Das ist auch gut. Ja, drei hängen alle schön auf einem Klumpen jetzt, oder? Ich boah ne Base. Ich bin oberhalb der Base in Richtung Händler, also... Ja, ziemlich in der Nähe. Haben sie die rausgenommen, diese anderen Chests, die man bauen konnte? Diese speziellen Chests? Was? Es gab doch diese speziellen Chests. Waffenteile... Wo die richtig... Die gibt's immer noch. 100%. Wo ist die Frage? Ich hab das gleich auch mal gucken. Ich guck auch gerade, aber ich find sie nämlich nicht. Wir sprechen, sie sind draußen. Wir sprechen, sie sind draußen. Lagerkiste. Ich hab hier nur die Secure Storage Chest. Ne, ich hab Lagerkiste hab ich noch. Wo hast du die denn gefunden? Wo ist die denn drin? Ich hab einfach Kiste eingegeben. Die hab ich auch. Das ist die Secure Storage Chest. Das ist die einzige, die es gibt. Ne, es gibt nur eine Lagerkiste, das ist so 4G-Kasten. Brauchst 10 Nägel und 20 Holzhähe. Storage Box, da hab ich sie doch. So. 10 Nägel und 20 Holz. Nägel haben wir. Ja. Aber ich wollt mir ne Kiste bauen für die Waffenteile, weißt du? Damit ich ein bisschen Übersicht hab. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir schon mal ordentlich... ...ordentlich Spikes. Oh, cool. Außer die Rückseite ist die schwächste Seite. Da brauchen wir noch Spikes. Jetzt haben wir gleich schon mal welche bauen. Ich hab da jetzt ne Menge Holz mitgeweiht. Bring's erstmal nur mit. Ja, damit wir was für die Pfeile haben. Genau. So, was kann ich denn alles jetzt hier reinschmeißen? Das. 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 Die baue ich mal dahin. Da stört sie auch nicht. Jetzt wird dann gleich nur noch der Eingang zugebaut, wenn wir alle drin sind und so weiter und dann ist wir safe. Das, 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 das. So. Davos, wo bist du? Andere Seite in Richtung Händler. So, ich wollte mit meinem Eis noch mal einen rüberziehen. So, soll ich noch mal ein paar Pfeile herstellen? Ja, 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 ja. Gut, wenn ihr alles, was ihr an Federn habt, bitte zu mir. Wir liegen in der Kiste schon 100 Stück. Ja, ich hab auch noch welche im Inventer. Hier, hier links unten liegen 163. Okay. Also, Federn haben wir. Schon ein paar. Die Bäume wachsen langsam, das ist gut, gut, gut. Ich überleg, ob ich das Balkongeländer von unserem Balkon weg mache. Warum? Warum? Weil das blockt, wenn du runterschießen willst. Ja, aller recht. Wo du darfst dann halt auch nicht zu weit nach vorne gehen, sonst fällst du nämlich runter. Ich kenn schon, äh, schon mal zwei Personen, die diesen Balkon meiden werden. Ach, Quatsch, Davos. Ach, Quatsch, wir gehen... Genau, wir gehen nur drauf und sind unten. Genau, ich versuche, ich versuche. So. Das darf noch mit. Sonst noch was hier drin? Sonst noch was hier drin? Das kommt rüber. Ähm... Nein, ich kenne das. Ähm... so viel spaß kennt man schön schon ausgeblendert kann aber sein dass wir was vergessen haben hier noch alles mit nichts aber ich brauche auch nicht gut Achtung Bär und diese komischen Viecher kommt her jawoll rennt rein hier kommt Sarina hör auf zu schießen kommen lieber rein bist du bekloppt ich komme da gar nicht vorbei an denen sollt ihr rennt weiter? ja ja wir rennt weiter in welche richtung? zur Brücke ah gut so 9mm haben wir hier ja dann haben wir hier noch einen arrowhead und noch mehr da haben wir auch noch welche da haben wir auch noch welche und da haben wir auch noch welche gut so Bärgong ist auch vorbereitet soweit ja das ist auch so ich pack alles was ich jetzt mitbringe eben wieder in die Kiste rein ne ähm nur ballert nicht alles Holz wir brauchen noch Spikes ne ich hab auch noch Holz ok dann stell du komplett zimmer Spikes wieder her ok shotgun pistol shotgun 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 hunting rifle pistole 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 hunting rifle na super noch nichts komplettes pass auf die zwei Pistolen hier immer her damit Schatz Waffenteile bitte unter der Treppe die hier ist ne die ich hier so schön gemacht da ist eine Kiste in der Storage ok ähm da bitte Pistole äh Waffenteile rein gut äh wo packe ich das Zeug was mir gut gehört hin wie das es mir gut gehört ich guck einfach wo schon was drin ist und wo ist also langsam wird das Beet wir haben jetzt dreimal Mais gepflanzt zweimal Blueberries zweimal Aloe Vera und Golden Sun ist nicht schwer das ist ja und einmal Mushrooms haben wir wozu brauchen wir die Maschhooms wenn ich mal fragen darf ich äh mit der Maschhooms kannst du glaub ich so ne Art Pilsuppe machen ok ist recht von dem Wald ist nicht mehr viel übrig ne was von dem Wald um uns rum ist nicht mehr viel übrig ich hab den ganzen äh Berg oben drüber noch angepflanzt richtig ok beim Beet hab ich auch komplett drumherum noch gepflanzt also das dauert noch ein bisschen was ist das hier? ne F*** ist das schon ganz gut Brass toll nur wenn die Horde dann gleich da war dass wir dann was ist hier? danach dann sozusagen direkt wieder aufbauen weißt ja dann kann man wieder looten dann hat man wieder sieben Tage dann kann man wieder looten mal wieder auf Loot-Tour gehen ja mal wieder auf Loot-Tour gehen ja das wär schön mal wieder eine schöne Loot-Tour machen ja ist irgendwo drinne? so was zu essen drin? die haben Nahrung? hm ja Knochen und so kannst du rausnehmen auch Mann wer hat mich dabei mit dem staubbaum erschlagen war das arena dass die steine die aus der miede holt oder sonst was ich möchte gleich nicht schmelzofen zu schmelzen wir brauchen das und zement zu machen beinahe beinahe mit dem baum erschlagen du lügenbaron die steht auch hier in der base aha davos nein dafür würde ich den gleiche pfeil in den kopf geben ohne scheiß andere verraten hier und nein da ist keine wieder ja wenn du überhitzt ist es so dass dass man mehr wasser verbraucht ist das problem ja ich habe holz daran wo ich habe eine solche angst durch zu gehen so jetzt pfeile herstellen läuft so auch pfeile und munition ich komme auch mal wieder zurück ja hast du spiked schon ja sehr gut ich geh doch was weg brauchst du nicht alles gut bleib jetzt hier wird gleich nacht so ich muss jetzt den eingang zu ist muss jetzt hier noch irgendeiner raus oder nicht? das mach jetzt den eingang zu nein ich muss nicht mehr raus ja perfekt ähm droppen wir mal die spikes ich bin schon wieder durch das gibt es auch nicht bitteschön wunderbar dürften reichen ja oh alle drin ja ne wer nicht drin ist hat jetzt pisch gehabt du bist missing so mal man das ist so wir müssen es ist es ist zu oder Nein. Machen wir den Meta. Rein. Rein mit ihr. Äh. Anubis? Ja. Ein paar Federn droppen. Können wir die hinterher wieder aufheben oder müssen wir die kaputt machen? Kaputt machen. Wo hast du mir jetzt was hingeschmissen? Oh, also guckt hier hin. Nicht, dass ihr gleich aussehen rausläuft. Es ist wirklich bis zur Haustür voll mit Spikes, ne? Jo. Okay. Äh. Ich muss nach oben, ich will das sehen. Watt. Ey, ist noch Zeit. Ah, hier liegen auch noch. Du kannst mich nochmal töten, dass ich wirklich dann, wenn es noch dazu kommt zum Fighten, dass ich mich einfach so umkippe. Komm, gib mir den Shot hier. Jawoll. Ah, hell, die schießt mir noch ins Auge, alter. Ja, aber du bist tot. Wär bei mir wahrscheinlich auch eine gute Idee, weil ich am Hungern bin und infiziert. Dann gleich nochmal durchscherben. Juhu. Juhu. Das ist okay. Dann bricht er das ab. Und da musst du bis gerade in die Wand gefallen. Du läufst bei mir immer noch im Erdboden, von daher. Echt? Immer noch. Bei euch auch? Wahrscheinlich müsste ich mal einen Rilock machen. Komm schon mal, ja? Ja, bitte. Darf ich jetzt mal? Ehe, he. Ehe. Ehe. So. Schatz, was machst du da auf dem Fußboden? Hilf mal bitte. Moment, ich muss erst mal mein Buch nehmen. So, jetzt will ich mir das angucken. Ich setze mich jetzt hier auf den Balkon und hock mich hin. Ich will das auch sehen. Ich glaube, die kommen aber, warte mal. Ich glaube, die werden von der Seite hier kommen. Oder hier der Rückseite. Ich bin mir ziemlich sicher eigentlich, dass ich von da komme. Hauk mich einfach hin, da steht ja versteckt. Wenn sie kommen, sehen wir ja, entdeckt. Ja, dann muss ich mir noch ein paar Pfeile besorgen. Ich bin gerade am craften, du musst noch einen Augenblick warten noch. Achso, okay. Oh, das ist gut, ich habe nur noch einen Pfeil. Und mein Bogen ist bald kaputt. Kannst du mir noch einen Bogen machen, bitte? Ja, theoretisch schon. Machst du mir einen mit, bitte? Oh, was weiß ich denn? Äh, hat jemand noch Holz? Liegen. Und drinne. Ähm. Macht euer Invental her, dass wir gleich relativ zügig raus können looten, ne? Ja, ja. Weil ich will hier nicht die spawnen lassen. Die spawnen leider. Da noch Holz. Da ist Holz. Gut, ich habe... Stopft erstmal einfach rein. Und nachher nach der... Wie viele Bögen brauchen wir? Vier? Machen wir ruhig vier, ja. Jeden ein. Und nach der... Ja, ich habe meinen gerade erst repariert. Bogen reparieren bringt nichts. Schmeiß weg. Naja, ne. Neu gemacht. In welcher Qualität? 25. Ja, schmeiß weg. Schmeiß weg das Ding. Ich habe mich mal auf die Platte gesetzt. Mit. So, Skill. Dann räumen wir nachher auf. Ja, endlich flissen Sie mit. Das ist gut. Richtig. Aber nicht runter springen. Ihr springt nie. Spike so weit. Könnt ihr nicht springen. Auch hier nicht? Nein. Auch da nicht. Okay. So. Das muss ich gleich nochmal reintun da. Nicht mit Anlauf? Auch nicht mit Anlauf. Das Ding ist... Also doch, Anubis könnte noch vielleicht zwei Blöcke machen oder so. Wenn das schafft. Also... Die könnten wir dran setzen. Dann könnten wir runter in dem Sinne dann. Aber nicht mittendrin runter. Weil dann, wenn noch eine Horde kommt, ihr kommt ja nicht mehr ins Haus. Ja. So. Bogen 1 fertig. Was willst du gegen meine Brille? Ich... Ich... Das sieht unheimlich aus. Ich würde schon sagen. Ich gehe auch mal ein bisschen auf Wissenschaft, okay? Mach das. Ja. Wenn ich merke, wenn es dran steht, dann ist dann die Brille nicht mehr auf der... So. Kommt mal bitte mal kurz runter zur Waffenkiste. Ja. Da lege ich jetzt jedem einen Bogen rein. Und Pfeile lege ich auch gleich hin. Moment. In der oberen Reihe seht ihr gleich fertige Waffen. So. Jetzt muss ich noch... Ähm... Das muss... Das... Gut. So. So. So bitte. Ich will nach oben. Oh, der kommt gleich. Hey. Yo. Es ist soweit. Es wird rot um uns rum. Ja. Home time. Rechts klickt sie. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Macht's gut. Und tschüss.